So meine Lieben, so meine Lieben, schaut mal her, das sind die vier Malbücher, ABC 1, 2, 3 und 4, aufgegliedert, natürlich beginnend mit dem Teil 1, einfach, dann wird es schon ein bisschen herausfordernder und 3 und 4 und vor allem das Vierer ist echt High Level. Also ich würde sagen, Vorschule, die ersten zwei, Schule, erste Jahr, hier die ersten zwei und dann würde ich sagen, bis zum zweiten, dritten Jahr sind dann noch die nächsten zwei. Perfekt, also fast vier Jahre Volksschule, schaut vier Bücher und das würde ich euch empfehlen, dass ihr euch das bestellt über meinen Shop, aber es geht natürlich auch über den Buchhandel, aber was ich wirklich empfehle, ist, dass ihr das nicht die Kinder alleine machen lasst. Bitte seid dabei. Hinten drin, der Text ist sowieso für euch und nicht für die Kinder, kann schon, aber es ist wirklich für die Eltern, für die Großeltern, Tante, Oma, Gotter, Onkel, für alle, die vielleicht im pädagogischen Bereich tätig sind, wie kann ihn noch zusätzlich dem Kind das Lesen und Schreiben näher bringen, spielerisch in der Praxis, ganz tolle Tipps drin und wünsche euch natürlich jetzt mit diesen Büchern viel Spaß, ich freue mich schon auf eure Bestellungen, ich freue mich, wenn diese Bücher an ganz viele Kinder kommen und sie bereichern und ihnen helfen und unterstützen werden. Lasst uns ein bisschen was für die Bildung tun, unsere Kinder.